Hallo ihr Lieben, ja lange hat es gedauert. Ihr seht hier schon eines von meiner neuen Aufbewahrung von vorne. Also der eine oder andere hat es ja schon auf Instagram mitbekommen, dass ich meine Stanzen, Folder und Stempel neu aufbewahren oder anders aufbewahren wollte, sodass man besser was findet und dass es platzsparender ist. Damals habe ich angefangen alles in DVD-Hüllen aufzubewahren, was sich dann aber jetzt als dann doch sehr platzintensiv herausgestellt hat und so viele Stempel hätte ich gar nicht aussortieren können, wie denn doch eigentlich neu bei mir einziehen wollten, die immer noch in der Originalverpackung irgendwo in einer Schublade, zwar bei allen anderen Stempeln, aber denn doch unsortiert und strukturiert sein Dasein fristete. Das hat mir so nicht gefallen. Ich möchte meine Dinge gerne finden und ich möchte sie schnell finden und ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich will euch jetzt das komplette Gesamtwerk zeigen. Also, ta-da! Wer meine Roomtour gesehen hat, weiß ja, dass ich hier in diesem Zimmer ein ganz großes Regal mir selber gebaut hat. Ich gehe extra mal ein Stück zurück, damit ihr das komplette Bild sehen könnt. Ja, so sieht das da jetzt aus auf dieser Anrichter. Es ist sogar noch etwas Platz, sodass ich da noch vielleicht eine zweite, besser gesagt eine dritte Stanzenaufbewahrung hinmachen kann. Noch ist in den Kisten ein bisschen Platz. So, jetzt gehe ich mal wieder mit euch ein bisschen näher ran und fange mal von hinten an. Sorry für das Schnelle. Wir haben hier hinten die beiden Kisten mit den Stanzen. Ich mache das so gut hin, weil ich das Handy aus der Hülle rausgenommen habe und das so glatt ist. Ja, wir haben hier die Platten. Ich kann euch auch gleich sagen, ich muss mal kurz hinter mich greifen, was ich an Material verbraucht habe. Also, diese Platten habe ich insgesamt, da habe ich 67 große Trennblätter von gemacht. Die sind alle mit recyceltem Papier, also Karton, dünner Karton von den Blöcken, die wir alle so haben. Da sind die dann eingeschlagen worden mit cremefarbenem Papier. Und dann sind 67 Schilder entstanden. Also, diese Kategorie Schilder hier. Ups. Hier, diese. Die sind alle nochmal von außen dann auch geinkt. Also, davon, von insgesamt sind das jetzt hier 67 Stück. Dann habe ich verbraucht 11 kleine, und das sind die hier, sowohl die Trennblätter wie die Schilder erstellt. So, jetzt kommt aber der Clou. Insgesamt habe ich 161 transparente Hüllen hergestellt. Ja, was ist das jetzt? Was meint die damit? Ganz einfach, ich zeige es euch. Die Hüllen, die man normalerweise zu kaufen kriegt, sind im, ich muss das ja mit 2 machen, im A5 Format und oben offen. Gefällt mir aber nicht. Hatte ich vorher, war nicht mein Ding. Also, habe ich alle Hüllen an der Seite hier geschlossen und oben geöffnet. Und davon habe ich sage und schreibe, jetzt muss ich erstmal die Hülle hier wieder einsetzen, habe ich insgesamt 161 Stück von gemacht. Dann habe ich für die Stempel 108 laminierte Platten hergestellt. Wie sehen die aus? Ich, ups, ich zeige sie euch. Ja, manche sind schön neon orange, die werden irgendwann mal ausgetauscht. Aber mir ist dann so langsam mein Papier ausgegangen. Das sind dann die laminierten Hüllen. Davon, wie gesagt, habe ich 108 laminierte Platten gemacht. Von den Magnetplatten habe ich 153 laminierte Platten. Und, ja, das waren alle, alle Summen, die ich zusammengerechnet habe. Ja, ja, stimmt. Jetzt musste ich erstmal, nee, 53, nicht 153. Was erzähle ich denn denn? 53 Magnetplatten habe ich hergestellt und 108 laminierte Platten, wo die Stempel raufgekommen sind. Und insgesamt habe ich 161 transparente Hüllen, wo dann die laminierten Platten oder die Magnetplatten reingekommen sind. Ja, und wie gesagt, die Kisten selber sind alle selber gemacht. Nach meinem Maß, was ich mir eben halt ausgerechnet habe, wie tief ich die haben wollte und wie breit ich die haben wollte. Aus stinknormalen Versandkarton. Also es kommt ja immer wieder mal ein Karton hier rein, schon alleine durch meine Vitalstoffe. Die Kartons habe ich dann auseinandergenommen und habe die weiterverwertet. Und auch diese kleinen Penupsels hier habe ich alle selber gemacht. Und vorne auch die Buchstaben. Das hatte ich, glaube ich, gestern schon reingeschrieben. Ich glaube, das waren dann 192 Stück, weil ich mir schon eins für die nächste Kiste für Steinzen schon nochmal vorbereitet habe. Diese Buchstaben sind alle, warte mal, mal gucken, ob ich das hinkriege, um euch das zu zeigen. Die sind so dick. Das sind aber keine Holzbuchstaben, weil, ich habe ja gesagt, habe ich es selber gemacht. Ich habe jeden Buchstaben viermal ausgestanzt. Das heißt, eben halt, insgesamt sind es dann 192 Buchstaben geworden und somit vierlagig geklebt. Und dann sieht das so aus. Dann wurden sie noch geinkt, also noch dunkelbraun eingefärbt. Das Papier war zwar schon braun, aber ich wollte das einheitlich haben. Und dann ist noch ein bisschen Goldspray drüber gekommen. Weil ein bisschen Bling-Bling musste schon sein. Vielleicht kommt auch nochmal hier an den kleinen Blümchen eine Perle rauf. Aber, ja, so ist jetzt erstmal der Stand der Dinge. Und Leute, was soll ich euch sagen? Ich bin so mega stolz. Weil, das ist das erste Mal, dass ich für mich etwas gemacht habe, sodass es mir auch wirklich gleich gefällt. Britta, ich danke dir nochmal, dass du mich animiert hast, die Stempel wirklich auch mit nach oben rauf zu packen und nicht in den Schubkastenschrank zu lassen. Da werden dann irgendwann, ja, irgendwelche anderen Sachen reinkommen. Mal schauen, weil da sind ja noch meine Stamping-Up-Stempel drin. Und meine Niedlichstempel sind da auch noch drin. Und ich denke mal, die werden da auch bleiben. Weil es dann doch hier oben zu viel wird. Ich musste auch, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ein paar Stempel entsorgen, weil die so weich geworden sind. Für mich ist eins klar, ich werde nie wieder Stempel mit irgendeinem Babytuch sauber machen. Gerade die Viva-Dekor-Stempel, die ich gleich am Anfang meiner Stempel-Karriere eben heute hatte, haben mir das sehr, sehr übel genommen. Die sind ganz weich geworden. Teilweise habe ich sie aus den DVD-Höhlen nicht mehr rausbekommen. Teilweise waren die DVD-Höhlen sehr, sehr verzogen. Das heißt, der Stempel und die Hülle müssen miteinander eine sehr enge Verbindung eingegangen sein, um es mal so auszudrücken. Und sie waren nicht bereit, sich voneinander zu trennen. Das hatte eher die Folge, dass der Stempel mir kaputtgerissen ist. Aber ja, da die dann sowieso sehr glitschig waren, habe ich sie dann eben halt entsorgt. Nur, dass ihr das auch schon mal gehört habt. Ich kann wirklich nur empfehlen, wenn ihr ein neues Stempel-Set bekommt, macht sie einmal auf jeden Fall von der Trägerfolie ab. Denn ich hatte auch da Stempel, die sich nicht mehr von der Trägerfolie lösten. Und wenn ich es dann wirklich mit Gewalt versucht habe oder mit Kraft, sagen wir es mal so, dann ist mir der Stempel kaputtgerissen. Und ja, wir lieben alle unsere Stempel. Von daher empfehle ich euch, macht sie einmal, löst sie einmal von der Trägerfolie. Und dann ist es natürlich nicht mehr so schlimm, sie wieder darauf zu machen. Ich bin gespannt, ob meine Stempel es mir jetzt... Das hier sind zum größten Teil alles Clear-Stempel oder auch ein paar auf EZ-Mount. Die meisten EZ-Mount-Stempel, die ich habe, sind eben die von Stamping Up. Oder aber meine Niedlich-Stempel und alles andere, was hier so drin ist, sind meistens Silikon-Stempel, die ich im Grunde genommen eigentlich weniger mag. Aber ja, es hat sich nun mal leider Gottes dieses Silikon eingebürgert und dann ist das eben halt so. Ja, liebe Leute, nun möchte ich euch auch gar nicht weiter von all dem abhalten, was ihr gerade so tut. Und wünsche euch noch ein zauberhaftes Wochenende und vielleicht ist das ja hier eine Inspiration für den einen oder anderen. Ach so, das habe ich noch vergessen. Das rosafarbene Papier ist auch selbst gemacht. Richtig schön kräftiges Aquarellpapier genommen und einfach mit der Farbe von unserem Lieblingsladen gestrichen in eine Richtung, so dass man eine Strichrichtung eben halt auch sieht. Und danach bin ich einfach mit einem Flachpinsel oder wie man die Dinger nennt, mit Weiß noch reingegangen, habe noch ein paar weiße Schlieren reingezogen. Das Ganze wurde auf die entsprechenden Maße zugeschnitten und die Ränder wurden geinkt. Ja, und fertig ist die Aufbewahrung in dem Kreativbereich. Also Lieben, ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende. Bye, bye, sagt euer Kreativhalter. Bye, ciao, Ben. Vielen Dank.